So, Abendessen in Vorbereitung. Heute gibt es Tomatensalat und bestimmt noch Reste vom Schichtsalat von gestern. Tiefgefrorene Tomaten. Und was reimt sich auf Tomaten? Beladen. Genau. Ich will hier meinen Kaffeeteller mal beladen mit dem frischen Kuchen hier. Den habe ich mir gekauft, nicht selbst gebacken. Welchen nehme ich denn? Erstmal den Obstkuchen. Die anderen halten sich noch länger. Kann man nur noch heute Abend essen. Sollte jetzt zwar nicht umfallen, aber ist auch nicht so schlimm. Käffchen? Haben wir noch eins? Jawohl. Zückerchen. Ein alter Mann beim Arzt. Der Arzt fragt ihn, na Herr Meier, was macht denn noch der Zucker? Dann sagt der, oh Herr Doktor, der zuckt schon lange nicht mehr. Nicht lustig, oder? Und in dem kürzograten Kaffee kommt jetzt noch ein Schuss Milch. Frisch auf dem Kühlschrank. Ja, frisch. Ne, äh, nicht frisch. Doch frisch. Frische Tierwohlweid voll Milch. Sehr lecker. Ah, diese Verschlüsse. Ja, das ist dann mein heutiges Nachmittags Kaffeetrinkensgedöns. Letztes hat mich ein Mädchen im Chat zitiert mit dem Wort Kaffeetrinkensgedöns. Ja, ist halt so meine Sprache. Ja, dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag und mir guten Appetit. Und sage, Ente, bis später. Ja, dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag.